Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück mit einer weiteren Folge Island 359. Mir ist aufgefallen, ich konnte das Spiel wieder laden, aber es kann sein, dass es das vom letzten Mal war. Ihr wisst ja, leider ist alles verloren gegangen, mein Schrank ist auch so gut wie leer. Ich habe jetzt nochmal ein paar Sachen zusammengesucht, die jetzt hier zu finden waren. Genauso wie das hier. Das schmeißen wir jetzt auch nochmal schnell rein. Und ihr wisst ja, oh Gott, ist das ungewohnt, kommt hinzu, abgespeichert, sechs Stück. Ähm, ja, wir hatten hier unser Zelt aufgebaut und ihr seht ja selbst, die ganzen Leichen sind weg. Mal gucken, wenn ich das jetzt hier aufhebe, wenn er vorliest, ja. Das heißt, wir müssen alles nochmal von neuem machen. Der kleine Racka ist auch da, den gucken wir uns jetzt nochmal schnell an. Okay, passt alles von der Ausdauer her. Oh, kommst du nicht mehr hoch, das ist ja... Oh, fuck, 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 alter Fighter. Junge, Junge, meine Ausdauer ist gleich weg. Alter, Fighter. Er ist direkt hinter mir. Alter, Fighter. Ich muss, ich muss mich teleportieren, sonst geht das nicht. Alter, ist der aggressiv. Heilige Scheiße. Ja, am besten die Augen dazu dabei, ansonsten wird einem echt schnell übel. Heilige Scheiße. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen, ich bin der Meinung zum umgekippten LKW, da müssen wir, genau, da müssen wir, glaube ich, hin. Die Uzi müssen wir definitiv wieder aufsammeln und den Rest der Schriftdinger einsammeln, damit wir genau wissen, wo wir lang gehen. Beziehungsweise damit unsere Karte aktualisiert wird, dann würde ich mal sagen, schnell hin. Sech, Freunde, wir sind wieder da. Hä? Oh. Oh, wo ist denn die Uzi hin? WTF? Freunde, die Uzi ist weg. Ähm, das Level hat sich verändert. Die Uzi ist weg. Hier, hier liegt keine Uzi. Klar, es ist ein bisschen dunkel, aber die Uzi ist weg. Denn hier befindet sich keine Kiste. Gar nichts, auch hier drin nicht. Verdammt. Ja, mies. Und da vorne ist wieder ein Strike. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder runter zu den Hütten. So, Freunde. Ich bin jetzt wieder zurückgekehrt ins Lager. Ähm, ich habe jetzt einige Sachen auswendig gemacht. Und zwar, so, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir entweder hier hin oder dorthin. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zum Strand, dort, wo wir das letzte Mal verreckt sind. Auf geht's. Okay, Freunde. Nur nochmal für euch. Der T-Rex. Der hat mich gesehen. Alter. Der ist ein richtiger Bulle, ne? Ach, du Scheiße. Ohne Teleportation geht das. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Weiter, 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 weiter. Ich muss ein paar Äpfel. Ich habe Hunger. Ja, 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 let's go. Ja, Nahrung ist wieder einigermaßen gestillt. Ey, der folgt. Der folgt mir doch immer. Ich glaube, das war nicht gut, dass ich das gemacht habe. So, jetzt möchte ich mal gucken, wie lange das dauert. Was? Was ist das denn? So, stimmt. Warte mal. Ich will ja was versuchen, ob das funktioniert. Es hieß ja, wir sollen still bleiben. Wir bewegen uns jetzt erstmal nicht. Ich zähle, der pute mich... Nee, der sieht mich doch. Heilige Scheiße. Es hieß, nicht bewegen. Nicht bewegen. So, mal gucken. Ja, okay, da unten ist er jetzt. Ey, der kann jetzt erstmal da bleiben. So. Hi. Ja. Er hat uns verloren. Sehr schön. Zum Glück sind wir so schnell. So, aber jetzt erstmal... Auf zum Strand. Das heißt, direkt geradeaus. So. Wir sind wieder da. Sehr schön. Als erstes gehen wir mal hier unten rein. Wenn ich... Die Kleidung sieht aber noch recht frisch aus, ne? Also... Wie lang scheint die noch nicht weg zu sein? Hier ist nichts. Auch kein Raptor oder sowas. So, meine Nahrung. Sagt mir noch gut. Dann... Hier haben wir... Äpfel. So. Öffne dich. So, was haben wir hier? Eine Brechstange benötigen wir nicht, denn wir haben Messer. Ah, Munition. Na, Rucksack, wo bist du? Was war das? Jetzt nur, weil ich... Schickes Bild kann ich das mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Oh, wie ein Zittel. Ach, Mann. Diese traurigen Geschichten immer wieder. So, die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Okay, hier kann ich nicht gegenstarten. Aber falls der kleine Racker kommen sollte... Hier. Hier bin ich das letzte Mal gestorben. Diejenigen, die es nicht gesehen haben... Viel Spaß. Schaut euch die anderen Folgen auch an. Eine Baseball-Kolle. Hm. Ah, ist ein bisschen klein, ne? Mal gucken. Lassen wir erstmal liegen. Zerbücher. Wüsste ich jetzt nicht, wofür ich die gebrochen kann. Vielleicht Feuer zu machen? So. Wieder eine Geschichte. Fang an zu lesen. Na? Na? Wenn sie kamen, sie schrauben sich alles. Wir gehen nach höheren Gründen mit einigen Supplieren. Okay. Wenn keiner das findet, hoffe ich, ihr findet uns. Ja, ich bin noch... Ich bin jetzt da. Was soll das hier sein? Kann ich das jetzt mitnehmen? Tatsächlich kann ich mitnehmen. Keine Ahnung wofür, aber... Die Flasche müssen wir erstmal liegen lassen. Die haben wir sauber gemacht. Sehr schön. So. Ihr kennt es noch. Wir benötigen hier die ganzen kleinen Stöcker, um hier Feuer machen zu können. Äh, nein. Oh Gott, ist das anstrengend. So. Hier ist noch einer. Na komm. Sehr schön. So, zack, zack. So, jetzt wird erstmal Feuer gemacht. Ich hatte zwar noch kein Feuerzeug, aber... Da denke ich mal, das ist so schnell machbar. Hoffe ich mal. Na komm. So, dann hoffe ich, dass es alle waren. Ja, wie zünde ich das an? Warte mal, ich hab kein Feuer. Ich brauch tatsächlich Feuer. Und erst dann kann ich es machen. Verdammt. Was ist das denn? Tatsächlich? Ich kann hier Bären essen. Ja, wie geil ist das denn? Warte mal, oder? Ich versuch mal was. Na komm. Okay, einer bleibt zumindest drin. Das heißt, wir können Bären kochen. Sehr schön. So, was haben wir hier drin? Ein Teppich. Können wir sogar bewegen. Ähm, ja. Okay, hier ist jetzt wieder ein Zettel. Und natürlich Munition. Verdammt. Das ist wichtiger. Okay. Oh. Ähm. Sarah, ja. Danke dir auf jeden Fall für die Information. Ähm. Ich weiß grad echt nicht. Oh, warte mal. Hey. Unsere kleinen Freunde sind wieder da. Siehst du, Essen hab ich schon mal gemacht. Sehr schön. Komm mal mit. So, gleich zwei. Hey, das... Oh. Na komm. Da liegst du. Ach, der... Alter. Komm mal mit. Oh. Vorsicht, nicht erstichen. So, jetzt können wir wieder zurück. Essen ist gemacht. So, schnell zurück zur Hütte. Und danach... ...kann wir die nächste Mission machen. Denn hier kommen wir erstmal nicht weiter. Ich brauch Feuer. So. rein da. So. What the fuck. Hallo. Geh rein da. Hä? Der klippt irgendwie fest. Ich krieg... Ich krieg den nicht mehr ab. So, jetzt. So. Wir haben großen Hunger. Das heißt, beide müssen rein. Ja. Ja. Essen ist serviert. Ja. Guck mal, Kopf muss noch ein bisschen raushängen. Damit es ein bisschen brutaler aussieht. So geht's gar nicht. Ach, herrlich. So, wo müssen wir jetzt hin? Da sind vier. Genau geradeaus. Da ist das nächste Ziel. Aber... Das hier ist näher dran. Das heißt, wir gehen jetzt darüber. Gucken, ob erstmal die Fläche... ...frei ist. Ja, sieht gut aus. Außer der kleine Trite natürlich wieder. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich erstmal dorthin und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Mann, da ist ein Stego wieder. Ey. Ihr seid aggressiv. Meine Fresse. Was ist denn mit euch? Habt ihr irgendwelche Mutationen geschluckt oder was? Ey, stehen bleiben. Ähm. Das, was mir auffällt... Ähm. Das Inventar reicht nicht aus. Eindeutig nicht. Genauso wie... Okay, das ist gerade gar kein Ziel. Aber wir haben Essen und... Wir haben nur Waffen... Fuck. Das schließen wir erstmal wieder. Fuck. Ich müsste eigentlich zurück. Aber hier ist sonst was drin. Ah, verdammt. Können wir nicht öffnen. Das ist eine dicke Karre. Gefällt mir. Oh, da haben wir auch Sachen drin. Scheiße. Ey, ganz ehrlich. Hier, die ganze... Die ganze Fläche ist doch noch frei. Oh, fuck. Ein Raptor. Das ist ein Raptor. Hä? Fuck, Alter. Ne. Lass uns... Ich hau... Ich hau erstmal ab. Oh, fuck. Okay. Ja, scheiße. Ähm. Ich hoffe, das sind Hütten. Ich sehe bisher gar nichts. So, das Messer habe ich noch zum Glück in der Hand. Okay, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ei, ei, ei. Ja, Mann. Hä? Okay, das ist eindeutig nicht mein Lager. Ach, war das vielleicht das Ding, wo der Rex war? So, warte mal. Wir gehen hier rauf. Vielleicht kommt er nicht her. Alter, scheiße. Okay, ähm, ja. Das war, äh... Ersatz mit X. Das war wohl nichts. Scheiße. Okay, ich muss zusehen, wie ich da reinkomme. So, wo ist der Eingang? Scheiße, ich... Ich höre das dreckige Viech hinter mir. Ich würde natürlich drauf schießen, aber... Ach, weißt du was? Wow. Richtig so. Komm mal her. Du bist jetzt meine Trophäe. So. Ah, verdammt, der kommt nicht hinterher. Schade. Ist wahrscheinlich zu schwer. So, wie komme ich jetzt hier rein? Was haben wir denn hier? Ah. Okay. Alles gut. Ich finde die Geräusche so geil. So, wie kann ich das Tor wieder schließen? Hallo? Das funktioniert nicht. Verdammt. Irgendwas ist hier kaputt. So, was haben wir hier? Ja, verdammt, können wir nicht aufmachen. Schade, ey. Okay, warte mal. Energie? Ist nicht mehr allzu gut. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Okay. Muss ich erstmal drauf. So, das haben wir. Ah. Kann ich leider nicht mitnehmen. Scheiße. Wie gesagt, das... Leute, kann ich hier Sachen rein? Also, hier kann ich Sachen craften. Jetzt ist die Frage... Ein Rohr plus Tape und das... Scheiße. Ich brauche Panzerband. Äh, ich brauche Panzertape und natürlich das Rohr. Dann kann ich das Messer an die Waffe knallen. Hoffentlich finde ich die Sachen. Und irgendwas Großes ist da. Das heißt, wir klettern mal hier oben drauf. Und schauen uns das Ganze mal an. Oh, Scheiße. Es ist der Rex. Ja, genau. Direkt beim Lager angekommen und der Rex ist da. Nee, hier ist nichts. Aber da oben, Freunde. Scheiße. Wie hat der mich denn gefunden? Okay, bevor er mich sieht, schnell runter. So, kann ich hier rauf? Sehr schön. Nein, hier ist keine Türklinke. Nein, verdammt. Hier ist auch nichts. Hier kann ich auch nicht rein. Ach, verdammt. Ich habe gedacht, okay. Hier sind genügend Lager. Hier wird sich schon irgendwas finden. Lassen aber. Schade. Ist leider nicht der Fall. Ich brauche nur das Rohr. Nur das Rohr. Dann kann ich ja wenigstens zurück. Und dann hätte ich übelst viel Platz gespart. Wenn das Messer zumindest weg wäre. Hier ist ja gar nichts. Ach, verdammt. Oh, warte mal. Hier kann ich mich ja noch nicht mal verstecken. So. Na, okay. Ist es das? Ist es das? Nein, ist es nicht. So, das ist auch nur Essen. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ja, sieht gut aus. Ja, was haben wir denn hier drin? Das ist, das ist ein Visier. Wie, wie, wie? Alter. Seht ihr das? Kann ich das abmachen? Alter, besser geht es ja gar nicht. Guckt euch das mal an. Also klar habe ich einen Laser drin, aber mit Visier. Tausendmal besser. Nehmen wir die andere Wand. Äh, andere Hand. So. So. Eine Flasche Wasser haben wir hier. Was ist das? Ein Brett. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Kleidung. Kann ich auch nicht anziehen. Schade. Verdammt, ich dachte echt, das Rohr kann ich mitnehmen. Was denn? Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Alles in Butter. Da müssen wir jetzt erstmal hoch. Dann komm. Der Rex bleibt da hinten stehen. Aber warum? Hier ist ja nichts. Verdammt. So, Dixi-Klo. Ähm. Okay, im Zelt kann ich gar nicht rein. Vielleicht von hinten. Ah, komm. Ja, komm. Nee. Auch kein Eingang. So, aber hier kann ich wahrscheinlich noch rein. Ja. Sag ich doch. Ach, verdammt. Wir müssen die Story weiterspielen, um hier weiterzukommen. So, hier liegt nichts drin. Okay, von außerhalb. Das passt. So, der letzte Tower. Okay, irgendwie finden sie den Weg dann noch hier rein. Das ist schlecht. Aber zum Glück sind es ja nur kleine Viecher. Okay, hier sind wir durch. So, unsere Mission ist es eindeutig. Erstmal das Rohr zu finden. Das Messer in der Hand nehmen. Oh, da muss ich doch irgendwie reinkommen. Gucken, kann ich da irgendwie durchgucken? Nein, natürlich nicht. Ach, verdammt. Aber man kann das vorhin speichern. Beim Bett. Mann, kann ich das hier nicht öffnen? Ach, Mann, ist das ärgerlich. Ja, wir müssen hier nochmal herkommen. Oder ich mach das irgendwann allein. Oh, guckst du durch die Wand? Ja, jetzt nicht mehr. Zumindest haben wir jetzt erstmal Strom. So, da sind wir. Jetzt würde ich sagen, checken wir nochmal den letzten Punkt ab. Und danach müssen wir auf jeden Fall schlafen. Oh, geht die Sonne gerade unter? Sieht so aus, ne? Ich glaube, ich muss da oben rauf. Der Kleine kann da erstmal so bleiben. So, das Messer packen wir erstmal weg. So, ich glaube, wir teleportieren uns mal. Das geht eindeutig schneller. Aber die Ausdauer geht ja noch weg. Ach, verdammt. So, das nächste Lager. Fangen wir erstmal von dort an. Verdammt, es wird aber dunkel. Das gefällt mir nicht. Ei. Okay. Es scheint auf jeden Fall sicher zu sein hier oben. Oh, hier ist noch ein Brief. Warte mal. Ach, du Scheiße. Okay. Ja, ähm, die haben es auch nicht geschafft. War ja klar. Irgendwie soll es auch anders sein. Komm, ich bin mal gespannt, ob wir hier allgemein irgendeine Person antreffen werden. Aber so wie es aussieht, wahrscheinlich nicht. Es sind alle tot. Alle. Da ist eine Axt. Aber ich brauche auch keine Axt. Was ist denn das Ding da hinten? Ja, das ist das Ding da hinten. Der Radioturm. Oder wahrscheinlich einen von den beiden Dinger da unten. So, lassen wir mal die letzten Hütten hier noch abklappern. Und dann sind wir auch hier mit durch. Na komm. Die Axt lassen wir jetzt erstmal liegen. So, nächste Zettel. Ich versuche mal was? Alex S. Ach, shit. Scheiße, funktioniert nicht. Scheiße, jetzt habe ich auch nicht zugehört, was er gesagt hat. Nee, verdammt, geht nicht. Ich habe gedacht, ich könnte da... ...vielleicht einen Bug ausnutzen. Dass es vielleicht im Rucksack hängen bleibt, aber irgendwie geht das nicht. So, Proteinriegel müssen wir leider auch liegen lassen. Alter. Ja, ja, Fluchtwege, ne? Okay. Es ist einfach nur ein Balkon. Mehr nicht. Ah, da geht es weiter. Ja, nice. Äh, da. Okay. Es wird langsam dunkel. Ich würde mal sagen, ich lege mich mal kurz zu schlafen. Sonst könnt ihr nichts mehr sehen. So. Schnell gespeichert. Sehr schön. Was haben wir hier? Das ist ein Buch. Kann ich aber leider nicht öffnen. Ach, schade. So, wahrscheinlich, weil wir so lange geschlafen haben, haben wir natürlich wieder Hunger. Die Tische hier auch alle gedeckt sind. Hier geht es natürlich von der anderen Seite auf, wie soll es auch anders sein. So, jetzt könnt ihr natürlich auch wieder genügend sehen. Das ist auch viel Alkohol. Aber ich möchte das nicht unbedingt trinken. Nicht, dass ich da noch nur verschwommen sehe. So, da müssen wir runter. Ja, komm. Alter, wow. Nicht gedacht. So, zuerst hier unten rein. Da ist irgendetwas. So. Da ist die Uzi. Und ein Bogen. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich... Ich hab nicht so viel Platz. Scheiße. Was ist denn da schon dabei auch wieder? Fack. So, ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie... Find Arrows. Nee. Ich muss jetzt irgendwie... Heim. Also, ich hab jetzt... Keine Ahnung, wie viele Sachen gefunden. Die Mission ist auch so mit abgeschlossen. Wir können nochmal kurz nach oben und so gucken, ob da was... ist. Hier können wir wahrscheinlich nicht rein. Ja. Sieht man. So, ich brauch Pfeile. Also, das heißt, Stecker höchstwahrscheinlich, ne? So. Aber hier ist sonst noch was. Kurz mal ablegen. Nicht durch den Boden backen. Danke. Okay, es funktioniert. Es funktioniert. Ach, verdammt. Ach. Oh Gott. Okay, es liegt noch da. Sehr schön. Das nächste. So. Aber... Ja, da komme ich nicht hoch. Ähm. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, bevor wir hier weitermachen, würde ich sagen, das war's auf jeden Fall mit einer weiteren Folge Island 359. Ähm. Da müssen wir noch hochgucken, was passiert auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall gespannt. Und, ja. Wir haben auf jeden Fall noch einige Checkpoints zu erledigen. So, wir dürfen nicht vergessen, da sind wir stehen geblieben. 4, 3, 8, 9. Okay. So, meine Freunde, falls dir die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt was in den Kommentaren. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal meine ganzen Sachen wieder entfernen im alten Lager. Leider. So muss es sein. Und, naja. Schreibt was in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssi. 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 Tschüssi.